Wilfried hat es vorhin schon angegessen und wir haben ja damit soweit. Herzlichen Dank von mir auch bei euch allen für euren Einsatz, insbesondere bei der Truppe von Uli Eisenhofer, bei der Finder-Reservisten-Kameradschaft, bei unseren beiden Rennleitern Wilfried, Denno, mag er rasiert, gell? Genau, genau der, der am lautesten gekriegt hat, kann jetzt immer herkommen, Wolfgang. Wolfgang, Walde, braucht gar nicht weg, Wolfgang, 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 und Borat, esempio hat's gesagt, monatelange Vorbereitung seit einem uhr ist er am Birke. Das ist nicht richtig! Die Sachen für nächstes Jahr, die sind vor 6 Wochen schon gearbeitet. Das ist NSP-mäßig, oder? Ja, online-mäßig! Der blickt sowieso gar nicht aus. Aber... Das bringen wir da auch noch bei. Ja toll, ich hab dich angeschrieben und hab gefragt, kannst du mir helfen? Ja, aber wir sind ja nicht kaputt. Ja, genau, genau. Wenn ich da nachher sage. Der Video ist gleich voll. Also, im Namen von uns allen sehr vielen Dank. Hast du noch was für dich? Die Teilnehmer am Telefon, die nicht fahren dürfen. Das Größte, sie müssen sich sonst irgendwas anhören und hatten nebenher auch noch ein bisschen was zu tun in der Gärtnerei. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Das ist gar nicht nur alkoholfreie Lacht. Aber den muss ich auch nicht. Ach so schlecht ist der gar nicht. Boah. Dann hättest du gerne mal den Rheinwald hier. Vielen Dank. Hallo. 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 Lieber Jochen, vielen, vielen Dank für deine Moderation. Die Teilnehmer sind hell auch begeistert. Hallo. Hallo. Hallo, das ist jetzt mit nur im Gutschein drin für nächstes Jahr. Wollen wir auch noch eine kleine Aufmerksamkeit. Vielen Dank von uns. So, ich meine, ich hätte gerne mal einen richtigen Hut. Ich hätte gerne mal einen richtigen Hut. Ihr für jeden findet. Sie kennt richtig ihre Hut für mich wie denn. So, ich kann mal sehen, wenn ich einen Freund komme mit einem wunderschönen T-Shirt. Mafia! Das passt nicht so. Gib mir dem erst mal was anderes. Also heute Abend haben wir auch da oben und wenn wir einen Klick haben, können wir da drinstecken und die Klamotten, ach doch. Also, nächstes Jahr. Morgen kriegt der noch eine Klamotten. Die Gerhard wird da dringend machen. Und wo es Spaß macht, tut man ja gern. Und noch mal eins, komm ich gern. Weißt du, das ist schön, das freut uns. Ich bin nicht immer so froh. So, dann hab ich noch was persönlich. Dann dürft ihr mal die Maus vorbitten. Also, ich hab garantiert, eineinhalb Jahre gesucht, was für dich. Weil, an Weihnachten, an Weihnachten, an Weihnachten, an Weihnachten, kommt ja immer, sag ich an, so, Krawatte. Irgendwas, muss ja doch noch irgendwas fehlen. Also, ich hab's jetzt endlich gefunden. Eine Krawattennadel in Gold, mit einem Golf 1 Cabrio. Also, ein Golf, ein Golf, ein richtig Golf. Ja? Das ist gut geworden. Ja? Das, 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 das ist, das gibt hier Bücher, was noch fehlt. Allein als Dank, was ihr macht. Ich bin ja der Sieger. Nach dem Schweizer. Das wäre jetzt eine andere, aber... Ja, für den alten Mann ein Bier, ein altes Bier. So, dann hätten wir gerne mal, bis zum Räden, bis zum Räden. So, dann hätten wir gerne mal, bis zum Räden, bis zum Räden. So, dann hätten wir gerne mal, bis zum Räden, bis zum Räden. So, dann hätten wir gerne mal, bis zum Räden, 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 bis zum Räden. So, dann hätten wir gerne mal, bis zum Räden, bis zum Räden. Ich würde mal noch was zu trinken, dass wir ein bisschen... Danke, ich habe noch... Extra speziell für unseren Mubi Shash, Mubi Shash bekannt, auch aus dem Rennsportforum. Shash, er heißt nicht Shash. Er stellt sich jetzt gerade mal selber hervor, er kommt jetzt mal her, wie ist sein richtiger Name? Shash. Siehst du? Er kommt aus Tschechien. Und er heißt normalerweise... Und er heißt normalerweise Geo. Und Geo... Geo heißt bei uns Shash. Es ist halt immer so. Hubert, begrüße ich ihn recht herzlich. Hubert, könntest du mal gerade mal das Bier kredenzen? Hubert, Hubert, könntest du mal das Bier kredenzen? Ja, wir machen euch alles und dann tun wir euch den mal recht herzlich, so wie es sich gehört. So wie es sich gehört. Ziemlich wenig Strenn, das Bier. Dann tun wir euch den... Du weißt ja, wo ich herkomme, gell? Ich denke, Schash, tun wir erstmal hier begrüßen, wie ich es sich auch empfinde, so wie geht. Prost. 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 Super schön. Und jetzt auch... Awww. Ja, bitte, naja. Die Linke, die肉. Das ist halt gut. Das war so gut. Ich hab' den Tschechien machen wir auch schon. Das war's super schön! Ja, das ist super schön. Pache, bitte, natürlich. Nein, nein. Sehr schön. Ja, sowas gibt es leider auch. Ja, sowas gibt es leider auch. Oh, schau, 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 schau. Wir haben ja gar nichts. Das ist gut. Ich hoffe, dass wir uns hier finden. Heute war es Winter. Wenn wir annehmen, es wird gehalten wie heute, das wäre perfekt. Ja, das war. Aber wenn ein bisschen Regeln kommen, dann... Du siehst ja. Ja, er ist das nicht. Nein. Das ist nur, weil du den Ausdruck machst. Ich trinke das auch nicht. Jetzt wollen wir den Stabeln machen. Siehst du, dass sie sich entfindet? Die Sonne lacht. Ich habe ja vom Morgen hingestellt. Hey, hier dreißig sind keine Stühle. Das ist auch Stühle. Nee, nee, nee. Das ist auch nett. Da ist mit 29. So nicht. Nein, nee. Wenn wir abmütigen keine Stühle suchen... Das geht doch immer, warum nicht jemand? Nämmer im Auto. Ja, 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 das war jetzt komisch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.